hallo und herzlich willkommen da sind wir wieder bei sticks master of shadows und ich muss in die bibliothek die noch 39 meter entfernt ist letzten folge habe ich etwas tolles gemacht da kann man ja irgendwo ich glaube hier war ich ja auch schon mal bin ich auch hier rumgegangen da kam ich aber meine ich irgendwas an den wänden noch jetzt nicht also die zwei brasseln sich da ein ab ich meine ich kann hier rüber irgendwo nach oben ein bisschen eine ablenkung ich meine hier ich bin nicht aber ich mache mich sehr gut ich mache mich ich mache mich einen den es kommen ich mache mich Nicht wirklich. Hm. Ich habe gerade keinen Schimmer. Das ist da oben hinaus, aber da ist ja auch nichts. Das ist ja alles glatte Wände, da komme ich ja nicht weiter. Da geht auch nicht. Also ich muss schon da durch. Ja, bevor das noch länger dauert. Ich habe ja gespeichert davor. Das ist ja nicht so schlimm. Ach, jetzt geht er weiter. Das ist ja nicht so schlimm. So, ich habe nichts gesehen. Genau, nichts zu melden. So, der brutalste. Der stirbt ja bis später. Ich hoffe, hier hinter. Na, jetzt. Jawohl. Ach, will ich aber gehen. So, das heißt, der ist schon mal weg. Ich möchte nur noch kommen, dass ich an dem da vorbeikomme. Nur wie? Ich muss da wohl oben rum. Ich komme, ich komme, ich komme. Ja, ich komme, ich komme. Hallo. Da war doch gar nichts. Da war nichts. Ja, genau. Es war nur eine Ratte, nur groß. Kommt dich mal nicht so gut. Ja, das ist nicht so gut. Nein, das ist nicht so gut. Da da! Das ist wirklich nicht mein Tag. Machen oder so, einschalten oder so. Aber war wohl doch nicht. So wie ich mein Glück kenne, knalle ich erstmal da vorne hier oben gegen die Ecke. Okay. Da muss ich also schnell sein. Ich bin keine Bestie. Ich bin dein Vater. Wie soll ich denn da rüber kommen, jetzt machen wir ernst. Ich glaube, ich muss doch hier rüber. Die Sau hat Giftpfeile. Ja, ja. Ja. Ich bin so dann bei mir wie etwas, also. Ich bin da sicher. Aber wie soll ich da für dich haben? Ja. Ein Hammer ist keine Gefahr. Ich bin da sicher. Hm. Hm. Wo-woah! Ja. der sieht ihn gar nicht hier irgendwas gruselt hier oben ich kann't wait till they change guard ich kann't wait till they change guard wie soll ich denn hier rauskommen ich kann't wait till they change guard 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 oh 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 wow 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wie kann ich die denn ablenken? Ich wollte gerne wissen, wie man die ablenken kann, weil anscheinend kann man nicht nah an den vorbeigehen wie das eine leiche auch die haben die leiche gefunden Okay, okay Ich kann nicht warten, bis sie sich verändern. Das ist es, raus hier! Naja, diese blöden Sachen, die man da umschubsen kann, verdammter Müll! Ich schaffe das noch, ich kriege das noch! Wieso kann man eigentlich diese Eimer nicht aufheben und wegschmeißen? Wenn ich jetzt wüsste, wie man da pfeift, dann wäre das natürlich alles... Ah, ah, okay Nein, shit! Hallo! Der muss der runter! Ach, der hätte ja einfach nur runterspringen müssen, aber nein! Der bleibt lieber oben stehen! Wieso springt der direkt nach oben? Das hatte ich überhaupt gar nicht gedrückt! Okay, das war auch nicht so toll! Ja, ich weiß nicht, oder? Ich kriege das doch nicht aus! Ach, ich kriege das doch nicht! Wieso? Ja... Si, ich kriege das auch nicht mehr... Ich kann es mir Perché, dieses Mannes zurückkennen. Die Hände, dieser Versuche geht nicht! Was ist ja dann... Ich bin super lustig, nein, weiter... Das ist nicht. Ich bin super lustig, nein! Ach, beleckt mich doch einer mal fett, ey. Was soll denn das Scheißding hier? We got a game tonight. Understood. We got a game tonight. Du kannst sie nicht töten, ohne dass die anderen beiden Penner das mitkriegen. Du kannst nicht dran vorbei. Und an der Stirn. Jetzt hab ich doch niemals mein Messer. Du kannst ja auch nichts werden. Sobald die rot gekennzeichnet sind, kannst du nichts mehr machen. Ist Ende. Vorbei. Nienta nada. Was? Durch die Wand? Sind das auch noch Götter? Die können durch alles durchschießen, ne? Ich kann nicht warten, bis sie verändern. Ich weiß, mich nicht mehr so. Die Vempelverordnung Die Vammelverordnung Die Vammelverordnung Die Vammelverordnung Sieg Götter So, der allerletzte. Wait till they change guard. So, so kann man das auch machen mit den Mistdingern, ne? So, Mistdinger. I can't wait till they change guard. So, das war jetzt so ne, äh, Folge von Wir töten Schaben. So, ich muss mal eben was testen. Der springt recht da hoch, ich weiß gar nicht warum, aber... Come here and fight. You couldn't go far. Let's get here. Hello there. Don't let him get away. No! Ah, so schön zu sterben. Doch, ich brauch mal ne kleine Pause. Ich würd sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und... Bis dahin denkt an das Däumchen. Ciao, ciao.